Greggy Cliffs hast du, nämlich die Raketen. Da habe ich die an meinem Sohn auch gemacht. Doch, Greggy Cliffs ist das, wo wir sonst immer gelandet sind. Mit diesem großen, komischen Haus, wo Darko immer reingeht. Stimmt. Ich glaube nie, der bleibt jetzt auf dem Server, der will ja mit Justin das Botania durchmachen. Ob der das schafft? Na ja, ganz durchspielmäßig nie, wegen Gaia. Aber Gaia ist easy. Aber die haben ja die NPCs, stimmt. Die helfen ja dann. Nein. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass die NPCs da rein können. Sicher? In den Kreis. Dieser Gaia-Boss erzeugt ja so einen Absperrungskreis. Aber ich denke, wenn die mit drin sind. Na gut, dann. Ich bin mal gespannt, wie es läuft. Vielleicht gehe ich auch hin und mache dem ein bisschen mehr Damage. Mal schauen. Mal schauen. Man kann ihn ja mal zehnmal befördern auf einer Stelle. Ja. Ja gut, Greggy Cliffs hat sich erst mal erledigt, würde ich sagen. Das ist direkt am Anfang. Ja. Aber du musst denn auch Munitionskisten für die Aufgabe von heute öffnen. Nicht nur von heute. Warte mal, ich muss mal kurz was markieren. Ja, da in der Nähe. In diesem Eishaus. Da drin. Warte mal, ich muss Fische fahren. Gib mir eine Harpune, dann mache ich das. Weil ich muss da auch noch ein bisschen was machen. Ich muss mal gucken, ob hier Munitionskisten drin sind. Das ist auf jeden Fall eine Kiste. Na ja, die Waffe will ich nicht. Äh. Und was ist da drin? Eine Liederne MP. Bist lange. Ne, brauche ich nicht. Wir müssen mal gucken, dass hier Munitionskisten sind. Aber es sind keine. Leider Gottes. Ähm, dann... Nächstes Haus. Naja, äh, du, die Munitionskisten mit dem Weihnachtsevent, das ist halt nur bei diesen Eisteilen. Ach so, gut. Ich weiß, dass beim Eistron, der da hinten irgendwo ist, äh, was ist. Und willst du mal sagen, wir müssen sowieso in die Richtung. Hey! Na warte, dann gehe ich mal eben kurz noch anders raus und versuche mal eine vernünftige Waffe. Danke. Oh, hier liegt noch eine grüne MP rum. Jetzt noch eine grüne MP. Ernsthaft? Oh, Chers! Oh, there. Oh, I see. Also diese Aufgabe mit den Feuerwerksraketen, die Raketen siehst du eigentlich instant, wenn du dran vorbei rennst. Das ist richtig so eine Feuerwerksraketen, die am Boden liegen. Okay, einfach rangehen und E drücken. Das wollte ich jetzt nicht. Geh mal weg. Warte, ich hab noch einen neuen Schuss für die Harpune. Da war was blaues. Ein blaues Sniper. Da war ein Fisch. Okay, da hinten wird geschossen. Äh, ja. Ist da oben was? Wo immer. Ne, hier hinten wurde geschossen beim Haus. Achso. Ja, das ist jetzt wirklich so. Aber ich würde mich ungern einmischen. Wir gehen definitiv hops. Aber hier sind auch welche. Auf der Insel. Ja. Ja. Da bauen sie. Oh. Hier ist noch Luft drin. Der Bauer. Lösen kann ich doch nicht. Der Bauer. Der Bauer. Der Bauer, der Verein zur Seite. Der Bauer ist nicht der Bauer. Die Leiter. Der Bauer ist, der Bauer. Der Bauer ist den itiner, vom U-Wоны. Der Bauer zu ergriffen. Der Bauer ist es nicht mehr. Der Bauer, das Thema. Irgendwo Medikitter? Ja, hier unten lag jetzt. Ich habe einen niedergestreckt. Da hat ein 32er Hit, der noch erlebt. Gehen wir direkt auf fortfahren machen. Du kannst ruhig reden. Ich weiß. Mann, hierbei aufs Handy lunzen. Warum lachst du immer, wenn du aufs Handy schaust? Ja, weil Sarah mir schreibt. Okay. Na ja, na alle anderen Mädels, wie Selina und so, die sind jetzt beschäftigt. Komm, immer einen Schritt schießen. Batsch! 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 Ja, hier landen einige. Batsch! 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 Der Nächste ist auch gleich futsch. Ja, der war mal. Und da war ich weg. Warst du jetzt eigentlich die Rakete schon gemacht? Nein, ich weiß nicht, wo du bist. Na, unten am Strand? Wo, da, wo ich markiert hatte. Nicht dort, wo das Boot ist, sondern... Pass auf, da hüpft einer rum. Also ich bin gleich futschikarto. Ja, der versucht mich weg zu... Alles klar. Der ist unten im Wasser. Andere Seite. Ähm, bin ich blind? Ne, ne, der war im Wasser zu deiner Rechte. Entweder schwimmt der zu mir... ...oder der ist wieder komplett weg. Ah, da hat er sich... Baut er sich grad hoch. Geh erst mal in den Strand und hol dir die Rakete. So, aussteigen. Und hier muss irgendwo eine Rakete im Boden stecken. Einen. Ne, am Wasser hier, genau in dem Bereich. Genau. Da. Hast du die jetzt gezündet? Ja Ist die in der Luft explodiert? Kann sein Ja, wirst du dann sehen Oben das Boot abbauen Was? Über dir das Boot Ja, up out Na ja, das Auto ladet erst auf Kannst du mich nicht wiederbeleben Na ja, die sind so zählt Aber erst mal zurück zur Lobby Dass du dein Ding abholen kannst Das war's Vielen Dank.